The Dragon from Russia Dragon lebt in Moskau. Doch sein Leben ändert sich schlagartig, als er einen kaltblütigen Killer bei einem Mord beobachtet. Jetzt wird er gejagt. Eine japanische Geheimorganisation hat ihn auf die Todesliste gesetzt. Seine Kampftechnik ist einmalig. Er ist lautlos. Unsichtbar und unbesiegbar. Dragon kennt seine Jäger. Und er ist schneller und stärker als sie. Er beherrscht alle Waffen. Die neue Dimension der Martial Arts kommt aus Russland. Rasante Pfeils und einmalige Stunts schlagen ein. Auf ihn hat die Welt gewartet. The Dragon from Russia.